Hallo, mein Name ist Michaela Quinkert. Ich bin die Ausbilderin der Industriekaufleute bei Traktor. Ich habe mich für Traktor entschieden, weil mich die Produkte des grabenlosen Leitungsbaus faszinieren. Ich habe mir unseren Imagefilm angeschaut und mich sofort gefragt, warum machen das nicht alle so? Warum werden noch Straßen, zum Beispiel zur Glasfaserverlegung, aufgerissen? Für das Jahr 2023 bieten wir einige Ausbildungsberufe an. Den Elektroniker für Betriebstechnik, Fachinformatiker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Fachkraft für Metalltechnik und die Fachkraft für Lagerlogistik. Alle unsere Auszubildenden erhalten zum Ausbildungsbeginn einen Laptop und für die Dauer der Ausbildung einen Fahrkostenzuschuss, um mobil zu sein. Natürlich gibt es bei uns auch tolle Azubi-Events und Betriebsfeiern, die in Erinnerung bleiben. Da wir auf Wachstumskurs sind, zählen wir auch nach deiner Ausbildung fest auf dich, ein Teil unserer Traktor-Familie zu bleiben. Wir bieten unseren jungen Kollegen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Wer also Verantwortung übernehmen möchte, bekommt auch die Gelegenheit dazu. Alle freien Ausbildungsplätze für 2023 findest du auf unserer Website. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Ich freue mich auf deine Bewerbung.